Das nächste Video, das wir schauen, ist von Julien Bam. Juckt mich nicht, Smash, Merry, Ghosting auf OmmeTV. Wir werden bewertet. Auf geht's. Oh, Playboy. Ja, was mit der Puppe. Playboy. Hey, Puppe. Komm mal rüber. Das ist schon hot. Ja, voll. Das ist schon sehr. Das tut mich jetzt extrem dran. Die Sache ist... Ihr fühlt ewig nichts mehr in der Kombination angeschaut. Wir machen heute Omme, ja? Deswegen benehmt euch ein bisschen. Aber wir machen es ein bisschen anders. Wir können dir nicht immer eine Freundin suchen. Der Arm. Nee, er hat ja auch schon eine gefunden. Einmal. Wir lassen heute nämlich die Leute auf Omme aussuchen. Und wir haben das hier. Wir haben jetzt diese drei Worte. Wir haben Ghosting, Smash und Merry. Wir gehen jetzt auf Omme. Hi. Okay. Machen wir mal mit, weil es so cool ist. Ähm. Ghosting, Merry, Smash war es, ne? Okay, dann sag mal. Merry, Ghosting, Smash. Schauen wir mal, was die anderen sagen. Hi. Ich kenn euch. Ich kenn euch. Hey, hast du ganz kurz Lust? Wir wollen ein Spiel spielen. Okay. Du musst Kiss, Merry, Kill mit uns spielen. Oh, okay. Okay, okay. Das heißt, wir haben diese drei Zettel. Es gibt Ghosting, es gibt Smash und es gibt Merry. Das ist letztlich Kiss, Merry, Kill, ne? Genau. Wir haben das immer bei anderen Leuten gespielt und das war sehr asozial. Das wollen wir so. Jetzt wollen wir auch mal, dass Leute uns bewerten. Genau. Ach so, okay. Okay, also. Ich bin gespannt, wie die bewertet werden. Es gibt Ghosting, Smash und Merry. Okay. Es ist schon verwirrend. Ja. Ähm. Schwierig. Ich find's auch schwierig. Du nehm ich als Smash. Du nimmst du als Smash? Okay. Ja. Okay. So fühlt es sich also an. Passend. Ist okay. Rizzo als Merry. Oha. Oha. Alles gut. Ich bin das halt gewohnt. Ich bin dann Merry. Ich würd keinen als Ghosting nehmen auf jeden Fall. Also du würdest eigentlich alle smashen oder was? Ja, ich würd eigentlich alles smashen. Ah, ich verstehe. Okay. Ich würd alle Merryen auf jeden Fall. Alle Merryen auch so. Ja, ja. Alle Merryen. Wo trotzdem Scheidung am frühesten mit Maxi, oder? Also war nur ne Frage. Weil ich der Himmste bin oder wenigstens der Himmste? Ist nur ne Frage. Ich glaub, da war es. Ein finanzieller Unsicht ist bei uns mehr. Ja. Was hast du eigentlich für ein geiles Setup hier einfach für Ommen? Nee, oder? Du streamst doch bestimmt woanders. Nee, ich streame tatsächlich gar nicht. Also krass. Sieht eigentlich voll nice aus bei ihr. Ich würd denken, dass ich streame, aber ich hab gar kein Streaming. Hät du jetzt einfach abends so ab und sprichst hier auf Ommen mit irgendwelchen Randos. Ich hab halt Freunde auf Discord tatsächlich. Und mit denen rede ich halt ab und zu auch. Und mit denen tun wir halt hier Leute verarschen, oder? Ah, krass. Weil jetzt nirgends, ja. Aber cool, dass ich euch mal treffe. Das find ich richtig nice. Ey, dann müssen wir dieses Spiel noch weiterspielen und uns noch von mehr Leuten bewerten lassen. Ist das okay? Ja, klar. Dir noch einen schönen Abend. Euch auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Hi. Hi. Nenn mir einen in Frankfurt. Einen, nur einen. Einen. Hallo. Ich höre euch nicht. Ja, ich seh dich nicht. Direkt zurückgeschossen. Boah. Alter. Was ist das denn gewesen? Was? Angst einflößend. Nenn mir einen. Einen. Einen in Frankfurt. Der nicht raucht. Was geht? Einfach Alpha, Kevin. Nein. Junge. Ich muss da auch dran denken. Ich, Kevin. Ich? Willst du nicht Kevin? Stefan. Ne. Fritz. Ne. Yannick. Konstantinopel. Yannis. Ne. Julian. Marcel. Julian. Ah, ich hab's. Korbinian. Ne. Oder noch was? Yes. Justin. Justin. Was, ihr seid echt? Nein. Ehrlich. Junge. Servus, Labtrap. Und vielen Dank für den Sub-Shakino. Kuss. Ehre. Ja, ehrlich. Was macht, seid ihr denn auf Ome? Wir chillen einfach abends so. Wir wollen Leute kennenlernen, die so ein bisschen mit uns in die Ponde gehen. Und mit uns ein paar Spiele spielen. Wie alt bist du ganz kurz? Äh, 15. Nee, hat sich erledigt. Dann doch kein Spiel. Okay, an der Stelle dann. Hallo. Nein, ihr seid nicht echt. Doch, wir sind echt. Wirklich? Doch, du bist ein Girl. Hinten ist eine Shisha auf dem Dings. Du hast eine Kessel, eine weiße Wand. Zeichen? Ja, mit den drei Dollar Zeichen, die Kette, Zahnspange. Nee. Ihr seid nicht echt. Hä? Hä? Ihr habt hinter mir alles aufgezählt, was bei dir im Bild ist. Du hast einen Stift in der Hand. Du hast grüne Augen, die du hast. Aber trotzdem, das könnt ihr trotzdem, weil ich kenne diese Leute, die es machen. Nein, ey. Ey, warum sollen die nicht echt sein? Also, ey. Wir hatten doch auf deine Fragen. Seid mir irgendeine Geste, die ich machen soll. Die sagen ja literally alles, was bei ihr abgeht. Also, warum soll das Facts sein? Uff. Hm, ich hab geschenkt, aber ihr seid nicht echt, die Leute, die es machen. Nein, ich hab doch geschenkt, aber ihr seid nicht echt. Hä? Hä? Nein, seht ihr nicht? Ich seh's im Hintergrund. Was ist das für ein Hintergrund? Was ist das für ein Hintergrund? Da bist du zu sehen. Digga, literally. Hier ist nix. Hier ist ne Wand. Guck mal, du kannst dich in der Spiegelung sehen. Da bist du. Oder? Du bist hier. Hier. Da bist du. Nein, nein. Ihr seid nicht so. Ich kenn euch da. Wie sind wir denn? Ihr seid nicht so. Was? Dass hier zwei Typen in der Öffentlichkeit rumpöbeln. Wir sind viel erwachsener eigentlich immer. Ja, wir sind eigentlich viel reifer. Alles hier. Ich bin auch 19. Nein, ihr seid nicht echt. Hä? Doch, sag. Wie können wir ihr denn noch beweisen? Diese Diskussion. Ey, ihr sind aber echt. Nein, seid ihr nicht. Guck mal, willst du ein Spiel mit uns spielen? Ja, okay. Wir spielen aber Smash Mary Ghosting. Und das darfst du jetzt mit uns spielen. Okay, ich mach dich Smash. Wer ist dich? Der mit der Cap? Der ohne Cap ist Mary. Wer von denen mit der Cap? Ja, du. Der, wo dich Mary in der Hand hat. Ich mach dich Smash. Wer ist denn? Dich? Der mit der anderen Cap. Der ist Smash? Ja. Du bist Mary? Jungs, das funktioniert so nicht. Ich dachte, es gibt noch Kill. Oh, ne, go for it. Oh, ha, 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 ha. Die Arme. Die wollen dich killen. Ja, nein, ich hab verstanden. Warst du jetzt enttäuscht, dass es kein Kill gibt? Ja, anscheinend schon. Nein, sorry. Ey, willst du es dir nicht nochmal anders überlegen? Ist nicht das gemeint. Der ist aber schon süß, wa? Nicht mein Typ. Wir suchen dann mal weiter. Äh, der arme. Junge. Tschüss. Das ghost ist ja wie n... Wieso? Im Midlife bei mir. Das ist echt. Also das wundert mich ehrlich gesagt, dass er bis jetzt nur geghostet wurde. Also ich hätte schon erwartet, dass da auch mein Smash rüber wechselt. Let me do it for you. Bam, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Oh mein Gott. Hä, die haben gar keine FPS mehr. Kaputt. Ja, eure Internetverbindung ist schlecht. Der gewünschte Gesprächspartner ist zur Zeit nicht erreichbar. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig nice. Wie alt bist du geworden? Sie hat Geburtstag, sie ist 80 geworden. Ja. Warte, warte, warte. Oh boah, das ist jetzt wirklich hart an der Grenze, ne? Was denn? 18? Sie ist 18 jetzt gerade geworden. Ja, das geht ja dann. Es fühlt sich nicht richtig an. Warte, gibt's wen anders bei euch, der älter ist? Hi und ich bin schon letztes Jahr 80 geworden. Aha. Jetzt ist doch okay. Kennt ihr Kiss Mary Kill? Okay. Okay. Kiss Mary Kill kennt ihr, wir haben das schon oft gespielt und haben an... Warum stuck der Melden-Button so gerade im Gesicht? Hä? ...undere Leute bewertet und jetzt ist es doch mal Zeit, dass wir das zurück auf den Deckel bekommen. Deswegen, ja, musst du jetzt Kiss Mary Kill mit uns spielen. Wir haben hier drei Zettel. Ghosting, Mary und Smash. Und du entscheidest jetzt, wer was entscheidet. Entscheideweise ist es nicht mehr reverse machbar. Uuuuh. Tooth Wisely. Zum Beispiel Maxi ist sehr reich. Da ich Ju schon Eisen 2 gucke, würde ich sagen, Mary Rezo Smash. Ich glaube, das sieht man auch immer in Haaren. Sorry Maxi. Mann, der Arm, der farmt die Ghostings. Ghostings tut mir leid. Das dachte, Scheiße. Der arme Maxi, Alter. So wie der Eidensiegel hat ihn gewusst. Sis, Junge. Ist so leid. Habt noch ne schöne Party, ne? Feiert schön. Ja, danke schön. Sehr lang. Würdet ihr bei mir wenigstens Smash machen? Boah, sofort. Jetzt würdest du hart smashen, Digga. Geil, raten wir auch strong. Aber eher so ne Influencer-Marriage. Weißt du? Wir sind verlobt. Who would you say? When are you only men, when are you? So, die haben alle so lila Licht. Der arme. Der arme. Ja, ich. Arme. Das war auf mich bezogen, Jungs. Das war auf mich bezogen, Jungs. Ey! Hey! 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 Was geht ab? Warum habt ihr Geld in der Hand? Ich dachte, ihr habt Geld in der Hand. Ich dachte, ihr habt Geld in der Hand. Krass, Alter. Was ist eure Mission hier auf Omme? Oh mein Gott, mein Gott, ich heule gleich. Ey! Geil. Könnt ihr ganz kurz... Wir wollen hier gerade ein Spiel spielen. Wie alt seid ihr? Ich bin 19. 18. Wer ist 17? Ich hab viel gekassiert. Lass mal, mit den äußeren beiden wollen wir jetzt ein Spiel spielen. Und zwar ist das Spiel... Ich hab meine Locken, was ich mitspielen kann. Ich möchte unbedingt noch in einem Video sein. Ja, das Ding ist, du darfst nicht mitspielen. So. Du darfst für dich mitspielen. Aber die anderen spielen richtig mitspielen. Hallo, was geht? Hallo. Ja. Moin. Der arme. Der hat sich so richtig gefreut. Und jetzt wird er ausgecancelt. Aber... Kann ich voll verstehen. Ganz kurz, bevor du was weiteres sagst. Äh... Wie alt bist du, die jetzt neu reingekommen ist? 18. 18, gut. Wenn ich eine Vorladung von der Polizei bekomme, muss ich dann da hingehen oder darf ich zuhause bleiben? Ihr alle drei dürft spielen, nur der Dude mit dem Kreuz. Aber du darfst bleiben. Ja, du darfst bleiben. Du darfst nicht mitspielen. Du darfst nichts sagen. Okay, aber du musst nicht zensieren, okay? Nicht zensieren. Nein, du wirst nicht zensiert. Du darfst... Was ist das? Du musst nur nicht mitspielen. Okay. Wir haben jetzt diese drei Worte. Wir haben Ghosting, Smash und Merry. Ihr könnt jetzt diese Sachen zuordnen. Okay, erstmal Mary. Julian. Julian. Ich werde mal geheiratet. Du wirst geheiratet. Ich werde mal geheiratet. Okay, krass. Das kann ich aber lassen. Nein, der Arme. Trotzdem mit der ganzen Lebenserfahrung würde ich auch gerne. Ja. Trotzdem würde ich euch alle. Er würde alle, ja. Okay. Arme Maxi. Tut mich aber richtig leid. Ich würde das nicht zurückgeben, weil ihr alle noch so jung seid. Aber... Ich verstehe die Geste. Ey, ich danke euch sehr. Das hat uns sehr weitergeholfen. Danke. Vielen lieben Dank. Fürs Einschalten. Geil. Noch eine bitte. Bitte grüßt mich. Bitte grüßt Jean David. Jean David. Jean David. Ganz schön grüßt mich. Geil, Mann. Ey, bis dann. Jean David. Jean David. Der war cool. Ey. Bro. Ey, sind so viele Leute am wanken. So trash, Alter. Ey, sag mal du. Hör mal. Hey. Weißt du, wie das manchmal ist? Wie? Wie jemanden so von hinten, von ganz weit weg zu beleidigen, wegzulaufen. Mach das nicht. Ganz kurz. Ganz kurz. Bitte. Könnt ihr Hallo Emily sagen? Hallo Emily. Hallo Emily. Hallo Emily. Hallo Emily, wie geht's dir? Wo bist du? Warum bist du nicht am Start? Schade. Emily. Emily. Bist du Emily? Ey, warte, ganz kurz. Ist das Fake? Nein, das ist nicht. Wie soll das denn Fake sein? Wir haben siebenmal deinen Namen gesagt. Wir sollten ehrlich sein. Wir haben 7000 Videos aufgenommen mit verschiedenen Namen. Emily haben wir gerade ausgewählt. Ey, ich bin gerade so schockiert. Wirklich. Ich bin auch schockiert. Okay, wir kommen jetzt alle einmal runter. Aber vorher eine kurze Frage. Wie alt bist du? Wie alt muss ich sein? Ah, das ist eine ganz schlechte Antwort. Ist er los. Ich wünsche mir nur noch einen schönen Abend. Dankeschön, ich euch auch. Tschüss. Tschau, tschau. Was? Ah, Gott. Wie alt seid ihr? Wir sind beide 18. Ist das sowas, was man hier macht auf OMIT TV? Dass man sich so küsst? Feiern deswegen. Ihr geht gleich feiern? Alle gehen feiern, nur wir nicht. Wie random ist das? Geht ihr so richtig in einen Club oder was? Steffi ist in Oberhausen. Steffi ist in Oberhausen. Ah. Ich war letztens in Oberhausen. Oberhausen ist cool. Da sind viele Assis auch. Wir haben eine Frage. Ja. Können wir ein Spiel spielen? Ja. Das Ding ist, wir drei, wir haben schon häufig so ein Spiel gespielt, das nennt sich Kiss Mary Kill. Kennt ihr mit Sicherheit? Ja. Deswegen müsst ihr jetzt entscheiden, Smash, Mary oder Ghosting. In der Mitte würde ich Mary, dann der, der in blau ist Ghosting. Jungs, das ist halt nicht mein Tag. Der Arme. Ja, aber der sieht halt so, wie heißt das? Softie. Softie? Der Arme. Hä? Warum? Ich kann es nicht verstehen, dass er nur geghostet wurde. Das ganze Video lang. Der Arme. Der ist zu sehr softie. Ich bin der harteste von uns dreien. Ja, warte. Nur weil er keinen Bart hat oder was? Ist das jetzt der Reason hier oder wie? Warte, warte, warte. Aber wieso sieht er wie ein Softie aus? Ja, der sieht so jung aus so. Wie alt schätzt du mich ein? Weil er keinen Bart hat oder was? Vom Alter? 17. Also vom Aussehen hier ja. Ich würde mit der Mütze ghosten. Ah. 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 Okay. Es kann nur noch gut werden. Egal was kommt. Maxi, krieg mal nicht ein Ghosting. Ja, weil wir mal eine Überraschung haben hier. Links. Doch links. Mary und den anderen so. Ah. Guck mal. Schön. Finde ich gut. Jetzt vielen lieben Dank. Wissen wir auch, wie es sich anfühlt, so bewertet zu werden. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Danke schön. Ey, dann noch Spaß. Viel Spaß beim Feiern, ne? Ciao, ciao. So, wenn euch das Video gefallen hat. Dann lasst einen Like da. Was ist das schon wieder für ein Standbild hier? Und kommentiert das Video uns. Aber schaut auch mal bei dem hier vorbei. Er wurde so viel geghostet. Ich fände es ganz gut, wenn ihr alle seine Instagram DMs reinslidet. Einfach mal reinsliden bei ihm. Einfach mal reingehen bei ihm. Und ansonsten sehen wir uns, ähm, bald. Mhm. Ich wünsche euch was. Bis dann. Sehr gutes Video von Ju. Lasst ihm gerne kostenlosen Sub auf YouTube da. Lasst mir gerne auch kostenlosen Sub auf YouTube da. Und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre Ehre.